hallo leute hallo ist wieder euer sahadu mit der neuen folge aggressors ancient home die seeslacht tobt weiter der vorstoß gen gallien ist ins stocken geraten da die hier eine starke verteidigungsstellung aufgebaut haben die iberischen stämme und so langsam wird es halt auch dünn mit den schiffen weil jetzt kommt die komplett ausgebauten und frischen terrieren der katarga ins spiel wir werden sehen wie es weitergeht nächste runde beginnt da haben wir schon so eine frische krimische flotte gegen eine frische galerie von uns kämpft wir verlieren 3600 mann die gegner 2800 was willst du sagen das ist halt riemen gegen galerie keine chance aber da gehen die verluste noch da kommen die nächste ja das war's dann für unsere galerie das ist die erste flotte die wir verlieren chancenlos gegen zwei terri haben uns aber noch mal ordentlich gewährt und den auch 1600 verluste zugefügt die haben 33 33 flotten verdammter mist also die wir jetzt zu gesicht bekommen haben kann sein dass sie noch irgendwann das noch mehr haben mensch wert euch doch mal gegen die ptolemaea ziehen immer mehr truppen zusammen da an ihrer verteidigungsstellung es kommt hervor wie ein bisschen in dem film 300 die verteidigen sich da mit einer relativ unterlegenen armee und wir rennen da an und kommen nicht durch sporter will dass wir den tragischen stemm den krieg erklären machen wir nicht die art hier wollen frieden mit uns na klar machen wir das gern brauchen wir nicht so viele truppen im noten stationiert haben sehr schön was wollen denn die keltischen stellen für uns alles ja kann man alles machen viel sichtbarkeit dass die halt unterstützung bekommen wenn die durch unsere territorium rennen es stimmt gar nicht besser kreativ was bereits ablös für each other units ja doch die versorgung aber die wollen gar nicht erst mal durch unser gebiet rennen ja wie auch immer aber wir machen das alles kann man machen gut die einheit weiter ausheilen die reinziehen können wir den auch noch ein besseres heilung geben ja mir ziehen die rein die nächste runde dann hier wollte man eine stadt gründen ja 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 was haben wir jetzt erreicht inzwischen ziel oder was wollen die von uns ach so wir haben norditalien sozusagen jetzt unter unserer kontrolle sehr das ist halt unser ja wie sagt man ja unsere ja unser zustand zu den keltischen stemmen halt ganz schön gelitten das war ein gutes deutsch mama mia dirk also minus 20 prozent ansehen zu den kelten jetzt das hält schlecht wir kriegen plus sechs steine dazu das jetzt hier die runde ist kann ich euch nicht sagen und neue strategische objekte sind bärische alliierten wir haben ja krieg mit denen da ist nichts mit alliierten die truppe ist halt auch komplett durch sind die nach hinten und werden die ausheilen die boote wie schaut es aus ja schlecht kannst du vergessen dass wir da angreifen werden ich hoffe mit der galera aber vielleicht bessere chancen nicht wirklich dann müssen wir die angreifen lassen hier können wir noch mal sehr viel drücken die truppe lassen wir auch noch so wie sie ist ich traue mir nicht mehr mit der lektion überzusetzen so lange die ganzen katholischen flotten hier noch um wuseln sind ja drei trim gewesen eigentlich kann ich die kinder oben schicken wir werden da keine entlastung hin kommt noch eine das ist zwar nur eine galere aber trotzdem scheiße sorry leute aber wirklich scheiße das wird hart ich traue mir gar nicht weiter zurück unsere happiness schauen wir mal geballten 72,3 wert euch knapp 3000 verluste den katholischen zugefügt wir haben über 5000 mann verloren scheibenkleister wert euch ja die brennt schon drehen riemen sieg sehr gut ja jetzt geben wir uns den rest da wert euch aber noch mal da geht die nächste flotte unter von uns boah sind das verluste massaker krass 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 aber die haben auch noch ordentlich was verloren da kommen wir haben den paar verluste mehr zugefügt minimal aber alles die ag gehen weiter gegen die kelten vor die ptolemäer wüten weiter in kleinasien das sind auch die theorie super schiffe der antike wo ich schicken immer mehr truppen nach kleinasien sieg für uns holen denn die armeen her ist ja wahnsinn auch noch mal ein sieg für uns wir verlieren auch über 500 soldaten boah das gibt es doch nie hör doch mal auf hier noch mehr armeen der iberischen konföderation ja unsere offensive ist komplett zum schildschirm gekommen das wird jetzt auch eine ganze weile dauern immer da frische truppen wieder am start haben da oben das ging aber schnell prinzip ist kavallerie ist fertig sehr gut dann auf zur trüe riemen wir brauchen diese kriegsschiffe und bedingt jetzt kann man es erforschen los geht's 9 und leute zieht euch das mal rein das dauert noch neun runden immer diese kriegsschiffe zur verfügung haben ausnützt nichts brauchen sie verlangen sklaven von uns geht's noch das mal 27 runden lang wollen die drei bevölkerung jede runde von uns können da 96 prozent unserer warnen wurden gestohlen von banditen nix gut so schauen wir mal ob man irgendwas versinken können durchschnittliche chancen hier oben haben wir totale überlegenheit geht los jede gesungene trinimische flotte der kartaga ist gut für uns ausgeglichene chancen greifen an ja und entschieden lust ist ungefähr gleich hoch auf beiden seiten das ist die flotte die jetzt hier fertig also die geheilt haben aber ich ziehe jetzt nicht nach unten weil ich gehe davon aus dass wir diese schlacht hier um das mittelmeer verlieren werden ich behalte hier in hinterhand der und adria tagen aus lassen die sogar schlafen die truppe soll weiter heilen wir wollen hier oben dann schnell wieder eine armee an den start bekommen damit wir so weiter gegen marseille vorgehen können die truppe muss trainiert werden die hilfsarmeen können wir nur sehr viel machen die legion kann ich nach oben ziehen wir kommen da jetzt leider nicht mehr drüber über die meereinge zwischen italien zwischen dem stiefel und sizilien was heißt das ans hätten outcome chancenlos oder was verdammter mist ist halt zwar nur ein boot aber trotzdem ne unsicheres ergebnis heißt das ja kommen wir verlieren hier sowieso die schlacht ach da ist noch eine frische galeere darunter gewesen dann hätte ich es nie gemacht habe ich nie gesehen aber oben ist ja das symbol wir gewinnen aber zwar auch mehr einer mehr soldaten verloren als der gegner aber naja so das war es dann auch gewesen können wir noch irgendwas machen noch eine legion bauen beziehungsweise wir wollten doch die legion hier noch trainieren das können wir machen müssen noch ein bisschen gold sparen na wobei in neuen runden das dauert schon eine weile ehe wir dann unsere trim endlich endlich trim dann mal bauen können ich bin aber überlegen ob man nicht noch eine erste schmiede bauen könnte ja könnte man schon mal war das schön das wird dann so angezeigt was das für ein umkreis alles hat also wenn dann wollen wir schon versuchen wir unten diese mine noch mit hinein zu bekommen 1 2 3 4 5 das wäre ein sehr schöner standort fünf min steht auch da number of resource connected ist fünf also fünf min werden da im umkreis und 1,6 was heißt das jetzt die goldmin 1,6 wie viel wirtschaften die ihn jetzt wirtschaften doch jetzt schon 1,6 müssen wir uns mal merken also 3,3 dadurch dass mit barium connect ist noch mal 2,5 oder mal das kann dabei sein 2,5 und 1,6 sind bei mir in die 3,3 wir merken uns mal diese 3,3 so 3,3 jetzt bauen wir hier so eine schmiede hin genau hierhin so dann baut man die schmiede das hat war und die runde wird beendet an der lehrer getraue ich mir halt noch nie hier auf heilung zu gehen es ist halt krass es ist halt so eine blöde situation also von der militären stärke von landstreitkräften denke ich können wir es mit cortago aufnehmen aber halt diese streitkräfte sind uns haus hoch überlegen dadurch bekommen wir halt nach kursika keine ersatzkräfte und auch nach sizilien keine ich könnte mal gucken ob man auf der stadt in sizilien die nächste flotte so ein mist eine neue einheit bauen können das war es auch für das boot unsere gesamte flotte geht den bach runter schade krass 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 damit habe ich überhaupt nicht gerechnet jetzt landen die in süditalien das ist sehr heftig verdammt da mist kartago landet in süditalien das ist schlacht bloß gerade weil wir hatten ja eigentlich vor dass wir ersatzkräfte nach sizilien kriegen die see schlacht ist nun so ausgegangen dass die in süditalien die invasion starten können scheisse tonne mehr zerlegen auch alles die haben die hauptstadt pergamon erobert scheibenkleister ja das braucht dann die angreifen mit einem boot gegen eine terri meine gut die greift noch mit dem zweiten zweiten bootsflotte an die bleiben standhaft das finde ich gut dass die kelten und die art jesse sparen da oben haben wir wenigstens vor denen ruhe ich glaube das könnte sogar eng werden also wenn wir jetzt noch mit den kelten im krieg liegen würden da hätten ja eine armee von cardago landete zur küste ja es sind drei armeen gelandet ist das richtig gezählt wow der selekidische anfeuer wurde vernichtet werden die vernichtet messenner morales gesunken messenner ja das kommt jetzt hier schätze ich mal durch die landung der cardago heftig 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 greifen die man jawohl da haben wir wenigstens so eine super schiffsflotte vernichtet nächste runde wird an unserer flotte auch ad acta gelegt werden ich ziehe die einheiten jetzt nach unten nach süden einfach weil ich würde die normalerweise noch weiter trainieren lassen aber es ist keine zeit wir müssen die invasion abwehren die truppe lassen wir weiter heilen ich ziehe die jetzt nicht nach süden einfach aus dem grund weil es würde zu lange dauern die da unten sind und hier oben haben wir auch noch krieg gegen die iberischen gegen die iberische konföderation machen wir weiter sehr viel warum kann ich die hier nähe schneller heilen lassen finde ich ein bisschen schade ich schätze mal weil ich in ikea noch keine spezifikationen gemacht habe es ist alles zu teuer jetzt aber bloß noch 30 gold machen wir weiter sehr viel bewegt euch dann hier nach oben bleibt schön hier standhaft ich lasse die schmiede jetzt hier nicht unbewacht ich bleib mit der truppe stehen und mit denen warten wir jetzt hier einen ausfall die stadt ist sogar zerstört wurden hier unten die legion ist auch nicht ganz ausgeheilt aber hier oben mit der legion hinziehen will ich nie weil wir kommen mal los wenn wir in die wälder einziehen ziehen wir da hin mal schauen was wir in messenner bauen können bild hast mir das ist okay wir brauchen wir brauchen truppen auf sizilien krass dass die hier angelandet sind das geht mir so auf den zünder oh man unser plan war doch selbst nach sizilien überzusetzen aber dadurch dass wir die seeschlacht verloren haben wir konnten den gegner zwar auch ein paar verluste zufügen aber wir haben deutlich mehr verloren diese super tri riem kriegsschiffe sind einfach zu krass leute da war es das auch schon wieder mit der runde und auch mit der folge ich hoffe es hat euch gefallen und genauso viel spaß gemacht wie wir lassen wir gerne ein däumchen nach oben da oder abonnement und ich hoffe wir sehen uns das nächste mal wenn es wieder heißt da du zockt aquasers and you and room haut rein freunde der nacht bis zum nächsten mal bye bye